D.W. Deutsch lernen – Top-Thema mit Vokabeln Emmanuel Macron wird Frankreichs neuer Präsident Emmanuel Macron hat am 7. Mai 2017 die Präsidentschaftswahl in Frankreich gewonnen. Zwei Drittel der Wähler haben sich für ihn und seine Europapolitik entschieden. Mit 66,1% der Wählerstimmen hat sich Emmanuel Macron gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen durchgesetzt und wird mit nur 39 Jahren der jüngste französische Staatspräsident. Damit haben sich etwa zwei Drittel der Wähler für Europa und gegen Le Pens Nationalismus und ihre Anti-Europa-Politik entschieden. EU-Präsident Jean-Claude Juncker beglückwünschte die Franzosen zu ihrer Entscheidung für eine europäische Zukunft und für ein stärkeres und gerechteres Europa. Auch Steffen Seibert, der Sprecher von Angela Merkel, sieht Macrons Wahlsieg als einen Sieg für ein starkes, geeintes Europa und für die deutsch-französische Freundschaft. Seine politischen Ziele nennt Macron klar. Er setzt sich für die Europäische Union und offene Grenzen ein. Er will Frankreichs Wirtschaft stärker machen, damit sein Land international erfolgreicher ist. Doch vor allem wegen seiner Reformgesetze als Wirtschaftsminister zwischen 2014 und 2016 ist er nicht bei allen Franzosen beliebt. Aussagen wie Mit der Wahl zum Präsidenten ist Emmanuel Macron auf dem Höhepunkt seiner politischen Karriere angekommen. In einer ersten Stellungnahme sagte er, dass er sich der wirtschaftlichen Schwierigkeiten in seinem Land, der Furcht und der Zweifel bewusst ist. Er will mit ganzer Kraft versuchen, das Vertrauen der Franzosen nicht zu enttäuschen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!